hallo meine lieben und herzlich willkommen zu star trek research ins im neuen telltale spiel hat nein nicht mehr telltale die firma gibt es ja so in der form nicht mehr aber in der art von telltale es ist quasi ein ein wie soll man sagen ein film ein interaktiver film in man spielt ich habe es damals gibt the walking dead und game of thrones gab es auch ein spiel das war aber auch nicht schlecht ja und und oder gab es ganz ganz verschiedene in der reihe und ja wir dürfen nicht so viel erwarten im internet da gibt es einige videos die sagen auch wie mega toll das spiel ist ja und dann gibt es aber auch diesen test von gamestar und das gar nicht mal so blöd der sagt das ist eigentlich übel ist richtig übel von der story her und für der technik her von allem sei es übel aber wisst ihr was das ist mir schnurzipiep egal wir werden jetzt einfach ein bisschen spaß haben mit star trek und ich freue mich auf star trek und ich glaube ich werde auch heute abend noch an diesem this very evening anfangen star trek titan zu lesen dem schiff von ryker weil es mich einfach interessiert da gibt es eine buchreihe die werde ich anfangen leute ich muss euch jetzt vorab vorab muss ich euch noch mitteilen dieses spiel ist nur auf englisch okay nur englisch es gibt noch spanisch und französisch ja deutsch wurde leider noch nicht implementiert vielleicht wird das mal in eineinhalb jahren zu sein ja das ist das ist der manko sag ich mal also mich stürzt nicht aber ich weiß dass das viele das nicht so mögen wenn es auf englisch ist noch ein bisschen ein bisschen lauter auch was hört ja das ist natürlich blöd was es jetzt hier gibt es gibt scheußes da klicke ich mal nicht drauf da wird so ein code angezeigt keine ahnung der öffentlichkeit gedacht ist oder nicht wahrscheinlich eher nicht und da kann man dann seine seine wahlen also im spiel da muss man eine wahl treffen ja da muss man entscheidungen treffen und diese entscheidungen über die kann man noch mal den reflektieren und die sich angucken im detail ein bisschen angeblich und das werden wir dann auch machen wir machen jetzt play okay achso und das spiel ist epic exklusiv momentan kostet glaube ich 40 euro oder 35 aber ich hatte irgendwie diesen rabattcode noch keine ahnung woher und hat nur 25 dann gekostet ja also und 25 euro finde ich ist okay für ein spiel das ein von der thematik und von allem her einfach interessiert und vielleicht wird es ja gut und wenn es nicht gut ist dann wisst ihr dass es schlecht wird ok leute drücken play wir müssen hier wie wir wird die lieben mal das hier ja geließe ich und wir fangen jetzt an leute und ich wünsche euch viel vergnügen mit star trek research und research und heißt sowas wie etwas wieder aufleben lassen okay bis es ist dramatisch elapsed venture relationships and events your about experience will be shaped by the choices you make also entscheidungen die wir treffen verändern die geschichte angeblich Kapitänz log stardate 57931.4 die crew was restless after spending too many months piecing our ship back together finally about to venture out on a new Das ist eine neue Mission. Und die Crew ist nicht das Unprecedented Ion-Storm zu lassen. Sie sind bereit für etwas anderes. Ich weiß, dass ich bin. Vielleicht mehr als einer von ihnen. Glücklich, nichts bleibt das gleiche. Es ist Entropie. Die Natur des Universums. Die Veränderung ist nicht wahr. Und während Entropie sagt, dass die Veränderung an den Chaos gibt, in diesem Fall, die Veränderung ist gut. Unsere neue First Officer ist auf der Resolute. Jara Rydan. Ich weiß, dass sie eine Willkommen-Dose von neuen Blut an der Crew bringen. Die Veränderung ist nicht so gut. Aber die kleinen Schutte sind nicht so gut. Aber sie sind nicht so gut. Sie sind nicht so gut. Ich bin nicht so gut mit der Flucht. Aber diese kleinen Schutte? Okay, da haben wir jetzt einen neuen kennengelernt, und zwar ihn hier. Geht mal links an diesem... an diesem Charakterbild. Das Grüße kann man. Und jetzt seht ihr auch schon die Schwäche? Es wird nicht leicht für Chara, die so in der 11. Stunde kommen, aber wenn sie halb der Officer, die ich wusste, dann könnte sie sein, als sie ein Kadett in Starfleisch war, dann wird sie jetzt das Exo-List-Chip sein. Rechts ist die Resolute. Das ist schon geil. Nein, diese Uniformen, ja. Man kann ja das Abzeichnen nur von einer Seite sehen. Ja, das macht es schwierig. Change of Station. Sieht jetzt aus wie so eine Episoden-Folge quasi. Mensch, das ist ja auch in so Episoden eingeteilt ein bisschen. Wo die Speicherpunkte sind. Das geht jetzt ja aus wie ein Speicherpunkt. Check in at security. Mal ein bisschen rum, was es hier so zu sehen gibt auf dem Schiff. Also rennen oder so können wir momentan auch nicht. Willkommen zu Starbase 128. Ja, am äußersten Rande. Operationsraums, ja. Da befinden wir uns. Uh, Commander? Ich bin nicht immer so ein nervöser, bei der Weise. Ich habe eigentlich gut gemacht in der Akademie. Oh, ja? Vielleicht hast du gehört von der Torvalen Test? Das ist ja. Das war sehr beeindruckend. So, there's that. Really? That's quite impressive. Thank you. It was tough. But you know, I set my mind to it and it paid off. Please place your hand here. Okay. Ja, machen wir. Wir place die Hand hier. Oh, interessant. Dringend hat die da. Na ja, gut aussehen tut er jetzt nicht, aber okay. Mega peinlich für ihn. The pleasure is mine. The pleasure is mine. Ensign Paul Calloway. But to meet you. Paul Calloway. I believe Commander Irmaud is expecting you. He's in the Concourse, just ahead. Okay. Ja, entspann dich doch, man. Entspann dich. Leute, ich sag euch mal eins, sie machen gerade vor dem Haus bei mir im Bauarbeiten. Wir haben kein Wasser. Und es war so heiß und ich wollte doch nur duschen, kam nach Hause. Kein Wasser. Oh, mir geht's schlecht. Jetzt können wir rennen. Good day, Commander. Ja, hi, alles klar? Warte, warte, ich möchte, hey, warte doch nochmal. Ando. Wir reden. Okay. If I remember my briefing, Commander Irmaud is a bullion. Bullion. So I'm looking for someone with blue skin. Okay. Blaue Haut, ich seh schon einen da hinten. Ja, wenn er das nicht isst, oh. Was haben wir hier? Aha, da haben wir Decks. Was ist das? 75%? Okay, Repair-Status. 75% ist nicht vollkommen in Ordnung. Oha, und hier ist auch ein Deck, aber nur 35%. Oh. Lost Crewman. Are you all right? Yeah, I'm just... Well, I'm not sure where my departure dock is. The Resolute is going to leave without me. Look here. The Resolute is leaving from this dock. Ah, you're right. Nerves must be getting to me. Ein bisschen was für eine Zugfahrt, aber ich weiß auch nicht, welches Gleis. Thanks so much, Commander. Vor allem, wenn es halt auch, ja, im letzten Moment dann sich ändert das Gleis, was ja passiert oft, ja. Was ist das? Sieht ja auch mega unbequem aus, oder so ein Bambus sitzt. Was ist das für ein unbequemes ist? Nicht jetzt? Na gut, vielleicht ist es auch bequem. Sieht aus wie so rollen. Na gut. Bin so gespannt, wenn wir aufs Raumschiff kommen. Habt ihr einen Bullion hier gesehen? Ja, Sir. Right back there, near the Replicator. Ah, da ist er. Ah, da ist er. Danke. Happy to help, Commander. Ja, no problem. Hat es eine Grün? Ich kenne mich halt in Star Trek einfach zu wenig, aber es hat hier ein feines Lächeln, meinen Lebermann. Haha, ui. Das sieht doch richtig lecker aus. So, okay. Und er ist halt auch ein bisschen braun gebrannt, oder? Also rot. Ein bisschen rot gebrannt. Oh, oh. Die sind schon mal ein bisschen niedergeschlagen von der Crew, weil jemand externes Offizier wird. Das ist natürlich blöd. Starbase 128 hat vier Docks. Okay. Ja, das ist natürlich schon mal ein schlechter Anfang, ja? Wenn lieber jemand von der eigenen Crew gehabt hätten, der gern den ist, Offiziersjob machen, na gut. Willkommen zum Schluss der Galaxie, Commander Rydek. Ich bin Commander Jan Ermaat, Operationsofficer auf der Resolute. Oh, es war, äh, ja, es ist ein bisschen bumpy. Es ist ein bisschen bumpy. Es war ein bisschen bumpy, aber sonst wäre es okay. Äh. Okay, ja, was hat er denn gesagt? Was hat er denn auch gehört? What exactly have you heard about me? Ja. First in your class at the Academy. Receive the Starfleet Award of Valor during the Dominion War. Oh, ha. Most recently tactical officer and chief of security on the USS Endeavour. You've done your homework. Like I said, we're very lucky. Oh, the Sith, stop mal. Was ist ein accident? Nein? Keine Ahnung. Es war eine Planung, aber die Wärp-Core wurde über die Grenzen gelegt. Es destabilisiert die Dilithium. Es gab eine Reaktion, und die Wärp-Bubble wurde gebrochen. Wir denken, dass wir eine höhere Frequenz höher sind, aber... Es war mehr als sie konnte. Wir haben unseren ersten Oficier und 22 unserer Krufe. Am Ende des Tages sind wir alle für die andere. Ja. Das bedeutet, dass es eine Krufe ist. Ich kann sogar gar nicht anfangen, was das war für dich. Ich bin sehr entschuldig für die Verlust. Danke. Es macht sehr schwer. Es gibt ein paar Dinge, die du nicht vergessen kannst. Ja, komm. Du verlierst jemanden zu dir? Zu viele. Und zu dem, ich sage nur, dass du großartig hast. Ja. 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 Und da können wir unsere Entscheidungen quasi sehen. Also wir haben bis jetzt, das heißt, es hat jetzt überhaupt nichts zu sagen, ja, dass es gute Entscheidungen sind, sondern die haben das positive aufgenommen. Kann uns im Endeffekt, ja. Ja. Vielleicht hätte es uns auch mehr genützt, wenn sie es schlecht aufgenommen hätten. Ja. Weil sie sich dann anders verhalten hätten. Eine bestimmte Situation. Mal gucken. Ich bin ein bisschen verrostet da, ein bisschen kalt. Ich habe nur das Ding. Plasma Torch. Fangen wir mal hier oben an. Was ist das hier? Das ist der Hyperspanner. Hyperspanner macht fast alles. Except for what I need right now. Okay, was haben wir hier? Interphasic Coilspanner. Okay, 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 okay. Okay, dann haben wir hier den ODN Recoupler. Ah, ODN Optical Data Network. Dann müssen wir das hier nehmen. Ah, Blast mal Torch. Da ist es ja. Sehr gut. Aha. Ja, kennen wir alle vom Zahnarzt. Und da geht es ein bisschen anders zu. Vaporite. Boom. Okay, Minigame. Easy, 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 easy. Oh, das war also jetzt total einfach. Ah. Neu. Äh. Drehen. Okay, achieve. And that... The good. The right stick. Is that. Oh, bell. Below, fix. I thought the thing was totally fried. Nice work, Carter. Nothing to see with nearly. And not a moment too soon. The boss wants us down in engineering. Like, now. We. Okay, okay. We're going into engineering, but I'll just go a little bit. Hi. Everything okay? I dropped a non-ferrous connector between the coils. Gonna have to remove a few of them to find it. And then... Then another hour of recalibration. Ouch. I'll leave you to it. Yeah, ciao. We're going to go again. Corrosion in there was pretty extreme. Nothing I couldn't handle though. Come on. Yeah, yeah. Wir kommen, ja. Wir kommen, ja. Jetzt entspannen dich mal. Alles in a bit. Aha, was haben wir hier? Cool. That's not where that goes. Maybe we can figure out where you're supposed to be. Ja. Carter Diaz. Ja. We're not so close. We're coming here already. What's here so? Oh, it's just... I don't know. Mega, gell. Ha? Hey Diaz. Have you seen a hyperspanner around here? Ja. Wir haben gerade aufgehoben. Hey, there it is. Auch genealogy mitstatt. Hurry up. I don't know about that. But I try. Ja, wir kommen doch sofort. Das ist auch ganz kurz hier noch. Yes, you're in my light. Oh, I'm sorry. Dann gehen wir weg hier. Was haben wir hier? Entern einen Sporterraum. Ja, klar können wir helfen. Natürlich. Das müssen wir machen. Was ist das Problem? Wir müssen diesen Cargo-Transporter testen. Ich habe nie so groß mit dem Signalplotten. Ich habe es. Kein Problem. Okay. Selekt Waypoints, um einen Weg zu schaffen. Through the Ionic Interference. The line connecting the points will lose stability, if it passes through the interference. The yellow bar indicates the stability of your path. When full, you will succeed. Use R to aim and hold RT to select and drag Waypoints. So machen wir das mal. Also, genau, jetzt geht es ja hier durch den Berg. Schon richtig blöd, gell. Oh. Das kann man hier so ziehen, schaut mal. Können wir das hier runter machen. Können sogar hier runter gehen. So hin. Und das hier. Auch schön ziehen. So. Geh mal hier runter. Passt doch, oder? Hast du schon geschafft? Ja. No sweat. Alles gut. Hey, hey, buddy. Get off the pad. Scheiße. Der wurde teleportiert. Oh Gott sei Dank. Der hätte es jetzt auch raus teleportieren können. Don't touch your fuck. Not a word. Hey, 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 hey. Okay. Wäre, glaube ich, besser, wenn wir jetzt einfach fliegen. Wir können hier mal noch gucken. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen gefährlich. Okay. Also, sag mir noch Hallo. Hallo. Oh, was gibt's hier noch? Oh, eine Sonde. Oh, ganz schön schwer, oder? Eieiei, du. Oh, diese sind schwerer, als sie sehen. Das macht mehr Sinn, als Zero-G. Aber wenn dir mit dem Gewicht in Zero-G auf dich zukommt, hat sie trotzdem noch die Masse. Hat sie trotzdem noch die Masse. So clean, dass ich mich selbst sehen kann. Und, du weißt, was? Nicht halb schlecht. Los geht's. Sie geht nach links. Hey, don't let LT catch you block in the quarters like this. We'll clear it up, once we finish the delicate work. Good looking out, though. Yeah. Oh, sie stellt sich auch eher kräftig hin. Good to see her fully operational again. And if she breaks, we'll just fix her. No. Junction 34B gives you access to the tubes behind cargo storage all the way to the Turbolift. Not after the retrofit. Bulkhead cuts it off at Section 2. New computer reroutes. So then... I'm thinking we'll have to do the work in that tube. Then take the Turbolift from Section 2 to Section 3. Well, wait, there's a subfloor crossover around Junction 32E. What do you have against using the Turbolift? Nothing. I just like being in the tubes. It's my domain. Hey, need any help? Okay. Good luck. Okay, die reden gar nichts. Also, das Spiel ist technisch nicht perfekt. Das ist tatsächlich so. Das ist nicht technisch perfekt, aber das ist egal. Heute ist egal. Wir gucken, ob wir hier ein Darkstack-Feeling kriegen. Und ich finde dieses brutal langsam Intro hier... Gut. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Engineering. I heard the new Exo just arrived. Won't be long before we get underway. I just hope whatever Chovac called us down for, it's something good. I can never tell with him. I'd rather not end up degaussing Plasma-Manifolds. Hanging upside down makes me queasy. You and me working together. We can tackle anything he throws at us. Your optimism is positively contagious. Okay, das ist mein Gechhoff. Looks like we got here before... Lieutenant Commander Chovac. We were just looking for you, Commander. Petty Officers, Ed Salar, Diaz. I was beginning to think you would be late. We are all hands on deck right now. Which means if you are not at your post at the appointed time, I do not have someone to replace you. A point I have been forced to make to Petty Officer Ed Salar on repeated occasions. Okay, also sind wir unersetzlich? So you're saying we're irreplaceable, Commander? That is one interpretation. Another would be that I would replace you if I could. You can interpret as you see fit. So, I don't suppose you wanted us down here to check in before we go off-duty? Oh, mit ihm war's schlecht. Ah, ah, grün heißt, wir haben schlimm Charakter gut gemacht. Equip yourselves in EV suits to work on the exterior of the hull. I need you to tune the structural integrity field for optimal performance. The subspace distortions and ionic interference we are experiencing are preventing the proper calibration. But this ship must be ready to depart shortly, despite the storm. The precise nature of these disturbances are not fully understood. But many systems have been affected by the wide band of emissive activity. How concerned should we be about the storm? Are you worried? Vulcans, do not worry. We calculate the variables and take appropriate precautions to mitigate the risk. Right now, that entails making critical preparations. Because long-range sensors show that these disturbances will be more severe at our destination. The Hotari system. Don't worry, be happy. You have your orders. Do not delay. Yes, Commander Chobok. All hands on deck. Uh, what's that? All hands on deck. That's what Chobok said. You know what that means? It means this ship isn't ready to go out and the brass know it. So they're throwing every warm body at it. And they're going to leave on schedule. Consequences be damned. It all comes down to us, Nelly. We're the ones who will get it ready. I know what we can do. But this isn't just any old refit or any old relaunch. Oh, wow. Excuse me. Yeah. Excuse me. A lot of new faces coming on board. It's got to be tough coming as a replacement. Yeah. That's for sure. Keine Ahnung. Come, give them, give them, give them to the chance. They seem all right. Something that happened six months ago while they were off on another ship. Well, that's nothing to hold against them. Yeah, you're right. I guess getting a little new blood on board doesn't hurt. Hold on. Oh, there's an old face I didn't expect to see again. He's a zombie. You weren't going to leave without me, were you? Miranda, you're here? We thought you were staying on the Adirondack. Transfer came in at the last minute, so I figured I'd slum it on this bucket of bolts. Looks like you got her back together pretty nicely. I wasn't sure what to expect. I'm going to take the high road here, pretend you didn't say that, and welcome you aboard. He's a better diplomat than I am. He still owes me a bottle of Sori and Brandy. Don't think I forgot. Oh yeah, it's coming back to me now. Maybe Carter can wrestle up that bottle and we can give you a proper welcome. As soon as we wrap up this quick little spacewalk. Yeah. Irgendwann baldy mit self, Leute. Und dann machen wir einen, einen Spacewalk. Aber draußen ist der Sturm. Here, let me help you. So, aufpassen, wahrscheinlich. So, what's the word? Are you back in the security rotation? Yep. Still running with the usual Suspects. Good to go. Oh, oh. See you on the other side. Ja, ciao. Und hinaus geht's. Es ist schon nicht so gut. Die Grafik muss man schon nicht sagen. Ist egal, Leute. Ist egal. Ist richtig mies, aber das macht nix, Leute. Go ahead. Ist ja... Schiff, ja. Ah, geht, geht auch weiter. USS Resolute. Hinten, die Schiffe kann die Kassel nicht. Oh. Ha. All Hands. Captain Solano should be here momentarily. Leute, und das war's jetzt für diese Folge. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst und ich weiß, dass ihr am Leben seid und mit mir seid. Ich finde es bis jetzt ganz cool. Ich erwarte nicht viel und habt meinen Spaß momentan. Macht's gut, meine Lieben. Und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.